hallo und herzlich willkommen zu diesem erst mal denke ich oder generell erst mein letztes video auf diesem kanal und zwar heißt dieser ja den tricks und ich habe mir gedacht ich mir gefällt der name nicht mehr so und generell habe ich lange kein video mehr gemacht so und da ist es halt auch kacke wenn man die videos hochlädt ich meine ich habe 219 abonnenten aber viele davon also viele abonnenten gucken halt die videos nicht mehr so die die videos gucken wenn ich auf jeden fall noch sehr gut von euch aber die die halt nicht abonniert haben aber nicht mehr vorbeigucken ist ja klar weil ich halt selten videos hochgeladen habe und für die leute die erst mal meine noch meine videos angucken die danke ich den danke ich erstmal sehr höflich und freundlich finde ich sehr gut von euch ich habe jetzt neuen kanal und da werden jetzt auch wahrscheinlich wieder öfters videos kommen und den namen finde ich auch besser und zwar ihr wollt tricks ja mit tricks weil keine ahnung und kreativ und ich das cool finde ich werde den link in die beschreibung packen und da könnt ihr gerne vorbeischauen wenn ihr noch abonnent seid und gerne in meine videos guckt er ist ziemlich cool da wird auf jeden fall wieder neue videos kommen und wenn euch das dann gefällt könnt ihr dann auch gerne abonnieren wie auf dem anderen kanal auf jeden fall würde ich halt nur sagen ich werde den kanal hier nicht löschen aber keine videos hochladen und ja das wird dann erstmal mein letztes werden ich hoffe ihr werdet ihr kommt mit auf den anderen kanal das wäre schon ganz cool ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne zeit und ein schönes neues jahr